Hallo und willkommen zurück zu einer Folge von Daisy, Standalone, ich habe einen Fernlässt gefunden Und wieder mal einen nagelneuen Pepsi-Automat, der glänzt wie ein Asteroideneinschlag Genau, aber wirklich ein richtig geiles Ding Asteroideneinschlag Ich muss fangen das mal mit Oh, eine Machete, wie gut ist meine Machete, die ich habe Ich habe keine Machete Ich habe keine Machete Ja und, die nehmen sie Ich passe da nicht in meinen Stiefel rein Ja, das ist scheiße Ist ja so geil, hatte ich auch schon was probiert Nee, die Dschungelstiefel dann auch nicht, wa Indy, das wäre, Alter, die Dschungelstiefel wäre geil Nee, die haben ja keinen Platz, oder? Nee, leider nicht Deswegen wäre es ja mega geil Mega Du müsstest ja hier oben sein Ja, aber ich gehe gerade noch ganz oben hoch Ganz beschissener Weg nach oben Obwohl, nee, ich bin ja Ich bin schon ganz oben Sind wir doch nie auf dem gleichen? Bist du da, wo die Wander-Scheiße hier ist? Na oben? Achso, da bist du Wow Ja, ich bin schon ganz oben Nein Da kommt er gerade jetzt noch hoch Ja Naja, das war ja nicht wirklich Nicht wirklich oben, ja Ich habe hier nochmal Moon gefunden Ich weiß nicht, ob du diese Moon auch brauchst Bist du mit Autohelfern? Jo, das Auto steht da Hä? Nein Ich dachte, du bist bei mir Ich bin hier Nein, nicht ganz oben Ich bin hier Hier wieder runter Wir bräuchten nur die Baracken Mehr brauchen wir gar nicht Wow Wie ist die Helle? Ich bin hier Äh, 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 okay Sehr gut Was denn? Ich bin runtergefallen Hä? Warum warst du gar nicht drin überall? Oh Okay Nein, ich glaube nicht Wie ist da richtig Dings noch drin? Ganze Dings, ja Noch ganzen Transensistoren Wow, der Pepsi Automatis ja wirklich Ey Die haben hier eine Ladenparty gemacht Haben nur das Laden vergessen Die haben, die haben eine WLAN-Party gemacht Mit einem WLAN-Kabel Wow WLAN-Kabel Mein WLAN-Kabel ist disconnected Wie geht das denn? Desync Kampfmesser Wie gut waren meine Kampfmesser? Habe ich gar nicht drauf geachtet? Hast du nie benutzt? Oder? Weiß ich nicht Makellos Ey, ich will es ja auch eigentlich Nicht benutzen Weil das ist eigentlich nur Deko Ich bin dekontimationiert Ne? Ich finde, Obadermin Nein Ja? Nein Klingt doch prima Nein Ich glaube, das ist ACP Ach, 25 Kann man nur stapeln Okay Ich glaube, du warst Ich bin überall drin Die Räume in den Gang Ne, in der Garage Hast du schon ein bisschen Was am Wunen gefunden? Oh Gott Hier ist ein Zombie direkt Ich bin direkt Zum Zombie gesprungen Bisschen Spitzhacke Er hat ernsthaft Die scheiß Tür hinter mir Nicht zugemacht Habs dir gesagt Habs dir gesagt Haha Habs dir gesagt Ha, er verfolgt mich nicht mehr Oh Oh, shit Lauf Wenn ich dir sagt Lauf Oh, oh Where are you? Ach, da bist du Ja, zoom rein Warum zoomt er nicht rein? Jetzt Oh Gott Okay Äh, ja Was machst du denn hier? 1, 2, 3 Renn einfach Renn einfach Renn, 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 renn Au Ja, wusste ich ja nicht, dass das Auto ist Hätt sie einfach sagen können Alter Das war knapp Kommt alle mit Kommt alle mit Kommt alle mit Oh, ich hab gebremst Kommt alle mit Kommt alle mit Okay, er rennt ganz komisch Er ist grad seitlich Kommt zu mir Ja Oh Gott Einen hab ich Wow Renn einfach weiter Renn, 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 renn Gut Nein, hör auf Ein Auto fasst mein Pech Er tötet alle hinter mir Alter, Schwede Wie viele das waren Ich hab beide zwei aufgehört zu zählen Alter, was für eine fette Garage Wenn wir die einmal voll haben Komplett Komplett mit Autos Mega geil Dafür muss ich stehen bleiben Für eine Trinkflasche Die leer ist Hey, gern Ich hab mein Auto getumt Wer ist denn jetzt hier? Ich weiß nicht Ich weiß nicht Aber jeden so lang Halt mal kurz an hier Achso, willst du vor Tränen packen? Ich bin schauber Ich will was Zwei packen Ich pack dir mal Direkt über den großen Rucksack Kannst du dir mal aussuchen Ob du das brauchst Warte Das ist meine sogar Ups Ditte Ditte Oder Ditte Oh ja Alle? Wow Krass Ja, oben ist nochmal 556 Ammo Unter der Dosen Speck Den eben Das hast du Braust Und 45 ACP Ist ja auch nochmal Ein 25 und ein 20 Und nochmal Ein verpacktes Müsste auch nochmal 25 sein Ja, gut Davon kann ich Ein Lied singen Von den Scheiß Dann sing mal Ich sollte erstmal Nur noch mit der Waffe schießen Am besten Dass die mal leer wird Scheiße Ich brauch die M4 Gar nicht mehr mitnehmen Ich hab doch nur 4000 Schuss Für die Dings Mit der ACP Hier mit der Oh Mann und Mann Ist das nur worst So Alter Kommt ruhig alle her Ich hab Munition All must All must Down So, wir sind mit 4 Gedrückt halten Und dann liegt dann Tatsächlich Jetzt nicht mehr Aber ich 4 gedrückt halte Jetzt liegt er nicht mehr nach Er hat einmal nachgeladen Musst du auch wahrscheinlich Das Magazin in die Hand nehmen Dass er das komplett aufhüllt Musstest du die auch noch Auf die Slots packen Die Magazine Ne, ich mein Dann hat er direkt Nachgeladen Von der Von der Leiste unten Ein Schuss Ja Nein, das Magazin Komplettes Magazin Gewechselt So Ich komm nicht mehr ins Inventar Achso, war ja nicht mit I Hops Jetzt weiß ich auch warum So Achso Haben die irgendwas zu trinken Dabei wär's mal cool Hier ist für dich Munition Ah, siehst du Stimmt Munition Hatten wir auch Mega geil So Eine Daunenjacke Falls die mal wieder kalt ist Mit pinke Wenn's geht Nein, die ist rosa Ich wär aber Okay Oh Peng, buff Platsch Eine Gasmaske Eine Gasmaske Endlich Endlich kann ich wieder Neben dir schlafen Ne Warum Wo sind die Kohletabletten Wozu forz ich denn rum Um dich loszuwerden Richtig krass So krass ist das nicht Ah, da ist er ja schon Der Lapp Wasch Nicht grad rein Ja, kannst du rein Weiter Waschlappen 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 Du bist was du isst Oh, ich muss was trinken Das bin ich Ich habel Trommel Ich hab mega geil Gluck, 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 gluck Ah, lecker Ich mach jetzt mal auf die 5 Das trinken Dass ich nicht Ich will sowieso Ein bisschen mehr Mit dem Dings da unten arbeiten Mit der Leiste Statt immer ins Inventar Direkt zu gehen Das ist mein Bunker Da geh ich grad rein Wieder nichts drin Ah, der hat wissen Hier die Seitendinger Hallo Hallo Trichhölzer Strichhölzer Die kleinen Stricher Arbeitsanschule Plastikflasche Plastik Trinke ich gleich mal aus Dann kommen die weg Cr527 Ist das nicht das Was wir gefunden hatten Cr5 Nee Die sagt mir grad gar nichts Weil das Magazin Würde glaube ich Zu der Waffe passen Wo bist du Jetzt Vor dem Innenbunker Hier Wo du was dahinter war Wow Du bist ja da Ja ja Ich weiß ja Der springt ja weit Hä Keine Ahnung Keine Ahnung Müsste ich Na ja mal gucken Wenn wir im Auto sind Ja los Im Auto Ja Dann denke ich Man muss sowieso Zur anderen Seite fahren Ich glaube da waren Eher die ganzen Baracken und Zelte Und hast du nicht gesehen Really Really Und dann laufen wir noch einmal Komplett ringsrum Wow Siehste Da fahren wieder Headshot Uh oh Okay Okay Beide mit einem Schuss Ich bin so Oberpro Ja Gut das nachladen Mit unten in der Taskleiste Äh mit der In der Leiste Ist geil Ich habe noch Eine Feldflasche Von der volle Oh eine Feldflasche Die nicht wegschmeißen Aber Na gut brauche ich Jetzt gerade nicht Die FF Können wir immer noch mal Gebrauchen Besser Pepsi Ah ich habe gerade Ich habe schon Wasser gefunden Wasser Habe ich komplett getrunken Du glaubst es nicht Du glaubst nicht Was hier steht Du glaubst es nicht Hier Stell schon mal im Auto Äh Ich kann es nicht auf Achso stimmt ja Ich kann es nicht Achso Einfach entziehen Es reicht Wow stimmt Ich kann damit ja nicht rennen Ich komme Willst du das Auto hier kurz herfahren Nein Das ist ein bisschen gar verlaufen Alter Da ist ein Zombie Komm mal kurz Komm mal kurz Komm mal kurz Ah nicht schießen Erst wenn es rennt Ach Na ja weiß ich Was ist das denn Da rechts Andere rechts Hinter dir Rechts Genau Äh links Quatsch Ne warte mal So wie du gerannt Bist recht Ja von dir aus Aber ich gehe immer von dir aus Kannst ruhig immer so sagen So wie du guckst Ich gehe immer von dir Von dem aus Den ich Befehle gebe Ja stimmt ja Ich kann ja nicht Hintereinander Wä Gar nicht Äh ich hab dir mal den Sitz wieder eingestellt Nach hinten Scheiße ey Ist komplett voll das Auto Ne Böss Wollen wir Licht an machen Äh Ich verpack irgendwie hier die Magazine Scheiße Pass auf Da kommt ein Zombie Ja komm rein, von drinnen kannst du auch rein so ziehen, das mach ich ja immer Ja, mach das denn nicht Zombie Ich weiß Zombie, Zombie, äh, ja, okay Blutest du? Ja Ja, scheiße Oh, ganz langsam, ganz minimal Ah komm, wir fahren hier erstmal weg Wohin wolltest du jetzt? Ja, dann links Übers Feld, oder ist da gerade zu, irgendwie was? Wow, wow Ich hab keine Ahnung Ist das lächerlich Ja, fahr erstmal gerade zu, oder? Ey, ich seh das nicht, wenn du hier im ZD da legst, so wackelt wie so Was ist denn da hinten auf dem ZD da? Alter Was mit dem Auto, ey Wow Als wenn das jetzt auf einmal das übelste geile Scheißding ist Und dann, wenn da ein Millimeter Steigung ist, dann hält das Ding an und fährt rückwärts Ja Wäre ich jetzt aber wieder gerade gekommen nach dem Brief, das wäre geil gewesen Ja Ja Müssen wir auf Sonderstrecke mal ausprobieren, der Sau, oder? Aber behalte ich erstmal Ich hab gerade gesehen, wo du eingeschrieben bist, hast du auf einmal deinen Tag wieder raushängen lassen Achso Ich hab noch Ah, ne Schon gut Nimm du dann mal Blät So Wir haben hier Seemannskisten noch eine, wie geil Wir können es ja ganz einfach machen Die Seemannskiste, wenn ich die in die Hand nehme Zieh her Ey, passt hier nicht rein in die SK So Seemannskiste ist im Auto und mit deinem ganzen Pistolenkram drin Ah, Licht aus hier machen Ich weiß nicht Nachher geht die Batterie-Blocki noch leer da durch Es gibt ja extra ein Batterieladegerät So Kommst rein? Ja, warte mal Ich hab hier irgendwas rumgepackt Vorhin hier mit der Munition Muss ich nochmal kommen mit Achso Ich kann man hier Felder nicht mehr benutzen Weil das hier irgendwie gerade rumgepackt Ja, das hab ich auch öfters So gut Dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen Abonniert mich Gib da noch um Treibt den Kommentar, wie euch das Video gefallen hat Tschüss Bis zum nächsten Mal